Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist das Rathaus von Heilbronn. Ursprünglich errichtet um 1300, wurde es 1944 beim Luftangriff auf Heilbronn zerstört, die historische Fassade aber wieder aufgebaut. Ebenso die ikonische Kunstuhr, erschaffen 1580 von Isaac Habrecht und seinem Gesellen Hans Müller. An die dunkle Zeit der Zerstörung erinnert die Ehrenhalle im Innenhof, gebaut in den Ruinen des alten Stadtarchivs.